moin hier ist wieder der bitcoin beobachter heute leider mit bad news wie man hier sehen kann gab es einen mittleren absturz würde ich sagen also klein kann man da nicht mehr nennen sehr groß ist es auch nicht aber das ist schon eine ganze menge 7,7 prozent nämlich ist der bitcoin heute ins minus gegangen das heißt jetzt haben wir nur noch einen preis von 38.498 dollar in euro sind das 33.963 ja wie gesagt 7,7 prozent auf den tag auf den auf die woche 8,9 prozent und auf die auf den monat sogar ziemlich genau 20 prozent minus das ist ärgerlich denke ich weil ich so die letzten tage schon immer sagte solange der bitcoin sich über 40.000 dollar hält kann man glücklich sein sicherlich ist es natürlich auch wieder eine günstige gelegenheit jetzt noch mal bitcoin zu kaufen etwas günstiger als zuvor vielleicht haben einige sogar darauf gewartet und die frage ist natürlich so ein bisschen warum ist dieses passiert exakt sagen kann man das nicht aber ich vermute dass das einfach mit der gesamtsituation jetzt zu tun hat corona schlägt wieder zu in vielen ländern und insgesamt sind etliche börsen auf globaler ebene auch schon seit längerer zeit im abwärtstrend und ich vermute da muss man annehmen dass hier auch der bitcoin jetzt ein bisschen ins straucheln dadurch geraten ist und ohnehin januar februar ist eine schwierige zeit das weihnachtsgeschäft ist vorbei da machen viele erstmal pause viele geben nicht mehr so viel geld aus und ich glaube sehr beunruhigend ist die sache nicht natürlich kann ich nicht vorhersagen was genau passieren wird aber bitcoin und auch ethereum wird ja immer beliebter und von daher denke ich kann man damit rechnen dass das bald wieder aufwärts gehen wird wann genau dieses bald jedoch ist das vermag ich nicht zu sagen vielleicht schon in einer woche vielleicht sogar noch schneller vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen warten mehrere monate ich werde es weiter beobachten und werde weiter darüber berichten einen schönen abend wünsche ich noch und ein schönes wochenende auf wiedersehen bis zu meinem nächsten video bis zum nächsten video